Und es gibt in Österreich ein heiliges Buch und das ist nicht der Koran, sondern es ist unsere Verfassung. Und jeder, der hier lebt, hat sich an dieser Verfassung zu orientieren. Wir Politiker sind darauf angelobt und haben das umzusetzen, was dort steht. Und deswegen kann man das nicht akzeptieren. Das ist ein Weg in eine Gesundheitsdiktatur, in einen Corona-Faschismus und da schauen wir mit Sicherheit nicht zu.